Guten Abend beim Wetter. Das Wochenende sieht ganz gut aus, denn der Sommer kommt zurück und zwar überall. Aber vorerst schauen wir uns das Wetter für den morgigen Mittwoch an. Also es bleibt einmal unbeständig mit Schauern und einzelnen Gewittern entlang der Alpen im Norden und im Osten. Frisch der Wind auf und dementsprechend sind die Temperaturen gedämpft. 17 Grad hat es morgen im Wald- und Mühlviertel. Sommerliche 25 gehen sich in Kärnten aus. Gedämpft bleiben die Temperaturen dann auch am Feiertag. Es bleibt unbeständig übrigens der kühlste Tag der Woche. Ist der Donnerstag. Ja und ab Freitag wird es dann schon wieder wärmer und jetzt lege ich noch eins drauf am Wochenende. Das zeigt uns der 15-Tage-Trend für Wien. Wird sommerlich, wir gehen auf die 30 Grad zu. Also perfektes Bade- und Grillwetter, damit noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017